Wenn du auch das lieb, wenn jemand wirklich alles recorden würde, was wir hier sagen am Riesen-Teams-Bring, würde niemand von uns jemals einen Job finden. Lass mich dich lecken, Yin, Yin, Lass mich dich lecken, Yin, Yin, Lass mich dich, oh ja, Yin, yes, Yin, yes, oh Yin, 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 Yin. Ja... Na gut... Dann ist das halt so. Ich war einmal ein Jedi-Night, gleich wie dein Vater. Ich bin ein Gummibär! Ich bin ein Gummibär! Ich bin ein Gummibär! Ich bin ein Gummibär Gummibär! Ich bin ein Gummibär! Jetzt bin ich wie ein Full-Eyfe. Sex so fucking broken! Wieso sollte Aids bei Flüchtlingen mehr kosten als bei Menschen... Ich bin ein Gummibär Gummibär! Ich bin ein Gummibär! Es hat zu gut angefangen, und dann ist ihnen wie nichts passiert. Ich bin ein Gummibär! go mattes ja die schnecke aber die morgen ich kann nicht was ich was ich soll ich gehen soll ich gehen soll ich gehen ich bin ich bin Eclipse. Die Sache ist halt, wenn weder Support noch Jungle für mich warden, mach ich auf der Map nicht. Ich renne nicht in keinen Akali-Jungle. Hm? Weißt du, wir haben zwar Ilaoi, aber wir brauchen halt mehr so ultra-ripped women, you know? Ja. Allein so für Representation sake, es geht ja hier gar nicht um Hordiness oder so, es geht ja um Representation. Ich finde, die können halt Ren und Leona auch ruhig mal so eine Unterarmschiene abnehmen, dass man das ein bisschen sieht. Ja, oder einfach so ein... Das, was dieses Game braucht, weniger Kleidung. Ja, das war's. Ja, das war's. Oh, was der? Fägen gut. Oh. Okay. Hallo da! Ja, ich hoffe so. WHAAAT? Okay. Er macht so viele... Dankeschön. Okay. Okay. I need sex. Ja. No way, this is the third one. Uff. Uff. Ne. Im Sekt hast du schon heftigen gesellschaftlichen Druck. Immer wenn ich mit David rede, massiven Hoden druck. Und man kann das da nicht nach unten moving, aber man kann die Größe verändern und dann snappt das nach unten. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, calamity. Mom's spaghetti. Das, was du eben gesagt hast. Holz. Holz. Einfach nur Holz und Silber sind von da drauf geschraubt. Ich hab keine geerträgt hier. Ja. Ich hab da jemanden gesehen. Ja. Find ich in Range Freak, nein. Nice. Oh. 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 Das ist schon wieder zu viel. Oh. wie dein Dimm測 pause sehen. Je Courtney. Guter Flash. DOSEN DA VITALEN. Wenn du dann endlich mal quittest, ein Rauenzuflobben. Das hat er den Slow gemacht. Ich finde Bubi ist nicht genug E-Girl beim E-Girl-Spielen. Ich kram mir immer einen richtig dicken Butt-Plug rein, wenn ich für Davids vor spiele. Richtig schön einen mit Glitzern unten, weißt du? Der vibriert auf jedem Rechtsklick-Input, den Davids macht. Den Davids macht! Wenn Davids so einen Kill macht, dann kommen da so Elektroshocks. Das war halt ich danach. Das war halt genau dann. Wie hat er denn getrollt bitte? Alter. Alter. Okay, okay, okay. Wird ich da festmischen? Oh ne. What is it? Heheheheh Heheheheh Ich will da auf dem One-Dash machen Heheheheh Das war ein Upsi Du bist die kleine Ratte! Superbi, ich weiß, wir spielen gegen Cyberpunk Akschan, aber wir müssen den töten. Ja! Was? Ja, alles gut. Rennt ihr aufhören? Weitermachen! Nein! Lauf nicht weg, kleine Maus! Da musst du eigentlich nicht coasten. Go-Go-Go-Kabel, du warst schon böse. Der ist schon nicht rum. Scheiße. Ja! F*** alive! Why am I still slowed? Wait, look at me! Ja, same. Wait. We are experiencing a bug right there. What was happeniing? Oh, oh, oh. Der Begriff Prozent gibt es immer noch. Willst du mal 10 oder was sagt man jetzt? Ja. 4-2 hat er. Tja das fand er nicht gut. Oh das fand ich nicht gut. Vicky sneaky guys. Didi 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 didi. Hehehehe. Das war alles ganz gut. Oh no. Das war alles ganz gut. Das war alles. Das war alles ganz gut. 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 Hm. Oh, Set kommt. Scheiße. Wow, nervt. Ja, ich glaub wir müssen das Teamfighter gehen. Autos, du steckst. Huh, wo kommt denn der Typ noch hin? Tadavik? Das hört mir auch aus. Oh mein Gott! Ja, der ist nicht so gut dabei. Tadavik, ich kann Modline alle Spiele ein. Vielleicht kann euch der gleiche Fight eventuell helfen. Was, Dings? Sick! Der Weg! Turbulantern 1, 2, jetzt! Geil! Oh mein Gott! 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 Oh, wie stolz da eigentlich. 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 Oh, wie stolz da. Oh, wie stolz da. Oh, wie stolz da eigentlich. Oh, wie stolz da. Oh, wie stolz da eigentlich. Oh, wie stolz da. Oh, 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 oh. Das meine ich. Soll ich weiter sideline? Oh, 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 oh. Let's go, let's go. Oh, 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 oh. Ich komme auf! Holy shit! Das war 4-Batt-EQ von dir. Ich brauche. Untertitelung des ZDF, 2020